Dieser Mülltonnen-Großbehälter besteht aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen für die tägliche Wertstoff- und Müllsammlung in Ihrem Betrieb. Über die vier großen Sicherheitslenkrollen und Griffe an den Seiten lässt sich die Tonne mühelos verfahren. Mithilfe von zwei Fußbremsen steht der Behälter bei der Beladung standsicher. Der große Deckel wird über zwei Handgriffe einfach auf- und zugeschoben. Das stabile Kunststoffmaterial schützt die Tonne langjährig gegen UV-Strahlen und macht sie dadurch verrottungsfest. Sie ist außentemperaturbeständig, chemikaliengeschützt und leicht zu reinigen durch glatte Innenflächen. Die Entleerung funktioniert entweder per Hubkippvorrichtung oder Kammschüttung. Sie erhalten diese Mülltonne entweder aus Kunststoff in verschiedenen Farben oder aus Qualitätsstahlblech mit Feuerverzinkung. Diese Ausführung ist in Bereichen mit Brandgefahr geeignet. Die Tonne entspricht der Norm DIN EN 8403 und ist dadurch sicher überall einsetzbar, wo große Müllmengen gehandelt werden müssen.